Yo, 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 was geht ab, Leute, alles klar bei euch, oder was, ich begrüße euch heute wieder mit am Stort, Dr. Schröbe. Guten Tag, was geht, Leute, es geht. Mein Name ist Fleischhammer, wir sind mit dir da und wenn ihr diesen Sound hört, wie war denn das? Genau. Wenn der Sound aus Hamburg ist, ist doch scheißegal, hallo Schröber, schön, dass du wieder da bist. Hallo, ich bin Gangster. Du bist der größte Gangster auf diesem verdammten Planeten. Ich zieh dir diese verdammte Knarre an, Mann, ich bin... Oh, oh, die Racing Bull, ja, hier, die ist 44 des Todes. Quasi. Hammer. Und ein Brot. So, was machen wir jetzt? Wir wollten ein Enforcer-Magazin holen, uns irgendwie, wir können nämlich keine Bullets bauen und das wollen wir unbedingt. Genau. Liegt das richtig? Warte mal, ich muss jetzt noch mal was gucken. Was brauchen wir jetzt für die Sniper noch? Wir haben Receiver, Handguard, Barrel und Scope. Das heißt, uns fehlt... Sniper Rifle. Äh, Stock. Sniper. Ja, Sniper Stock. Fehlt. Den können wir nicht bauen, den müssen wir auch finden. Nee. Schade. Ja, das stimmt. Mist. Död. Ja, hilft nicht, wa? Warte. Ja, okay. Hilft nicht, wa? So. Essen ist voll. Essen ist voll. Trinken ist voll. Bandagen. Antibiotika. Äh, nochmal Cola einstecken. Jetzt machen wir nochmal Grain-Alkohol weg. Ähm... In die Figur, oder wohin? Nee, nee, weg. Nur weg. Weg, verschießt ihr weg. Weg, weg, weg. Dann nochmal die Bandagen aufgefüllt. Äh, Pain-Killer ist auf eine ungerade Zahl gedrückt. Das ist immer gut. Dann... Eigene Schaufel bei, warum auch immer. Wir können los. Okay. Wissen wir denn jetzt? Wissen wir wo? Äh, im verbrannten Biom, hattest du gesagt. Jo, na klar. Wo war das? Mhm. Ah ja. Oh ja. Jo. Z-Waypoint. Das sind knapp 3,5 Kilometer. Das ist um 8. 9, mein ich. Wo denn? Wo denn? Gib mir mal ne grobe Richtung. Ähm... Norden. Faut uns aus hier sehen? Norden. Leicht Nord-Ost. Nee, ist es Süden? Entschuldigung. Süden, entschuldige bitte. Schnauze mal. Im Süden ist es. Schnauze. Ach du Schande. Halt deine Schnauze. Ach du Schande. Ah ja, ist weit. Äh, bringst du nochmal irgendwie, äh, Reparations-Kids mit? Reparations-Kids? Für Weapons? Mhm. Habe ich einstecken. I am outside. Zweite... Ich steige wieder um auf... 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 Crossbow. So. Setwaypoint hat er auch gemacht. Wir müssen in Richtung Süden, ne? Richtig. Na dann los. Maximum Health ist increased. Habt noch einen Kaffee? Wollen wir mit Kaffee? Ja, ne? Macht Sinn. Ich hab'n Bierchen. Na, bevor ich das jetzt hier so trinke. Ping! Bisschen. Ja, ist halt einfach... Ist wirklich nur noch... 428. A nice rush, sag' ich dazu. A nice pulse. So. Genau. Schrotflinte ist repariert. Munition ist nachgecrafted. Pistole ist wieder voll. 400 Schuss. Läuft. Rucksack. Brauchen wir nicht. Wir haben alles, ne? Ja, wir haben alles. Wir haben wirklich alles. Wir brauchen eine Sniper und eine SMG. Stimmt. Wird viel. Aber sonst? Ja, die Frage ist auch, wo sind die Airdrops, ne? Also... Ja, alle drei Tage. Wie viel haben wir erfunden davon? Zwei oder drei. Hm. Na ja, könnte ja knappen. Könnte klappen. Ich glaub, Ihnen ist irgendwie verschollen, Young. Kann sein. Beziehungsweise wurde nicht aufgefunden. Durch dich? Nein, nein. Den, den, den hatte ich noch, ähm, noch gefunden. Ach, siehste? Da fragt man, ich wollte uns auch ein paar Vital-Klamotten herstellen. Ich hatte damals die Schematik gefunden für entweder Iron Gloves oder für Iron Boots. Iron Gloves? Sag ich, glaub ich, an. Na, die hättest du aber mal gefunden. Die dürftest du noch nicht, ähm, reparieren können. Ach so, kannst du natürlich haben. Wir laufen erstmal durch, ne? Bis, ich lass hier mal alles links und rechts. Ja, ja, klar. Wir haben keine Zeit. Musst alle hier. Tick, tick, tick. Das ist abgemessen, sag ich das mal. Guck mal kurz hier hin. Muss mal hier, muss alles mal ein bisschen zack, zack, zack gehen. Oh, super. Sieht so ein bisschen so aus wie die Ecke, wo M. Valkyrie in seinem Dings gebaut hat. Okay. Hm, na gut. Ist der gleiche Server. Sein Haus steht hier, vielleicht rechts. Der stand jetzt im Weg. Guck mal durch den Seeren. Ne, ne? Leichter Schwenk. Leichter Schwenk. Östlich. Leicht? Mhm. Ja. Also östlich um den See schwenken. Ja. Bitte. Warum? Ich laufe nicht durchs Wasser. Ich kann nicht schwimmen. Ah ja. Hast du nicht gelernt? Nee. Wir sind in der Apokalypse. Da kannst du nicht schwimmen. Geht nicht. Natürlich. Geht nicht. Ich kann schwimmen. Wie eine Bleiente. Aber das bringt mich halt nicht weiter. Das ist übrigens so oft ein Megawitz. Wirklich. Das ist wirklich so mega. Also das ist so witzig. Ja. Ja. Ach echt? Ja, ja. Findest du? Nein. Also mega witzig finde ich ja so. Die letzten Worte, ne? Die letzten Worte eines Briefträgers. Aberhund. Die letzten Worte eines Elektrikers. Was sind die Verkaufel? Das wird von Carver. Jut, das kenne ich auch. Wie ist die Zweite? Maura? Äh. Da liegen drei Tote. Okay, der war da nicht. Ich hab keine Idee, worüber du redest. Ähm. Ach, da gibt's so viele schöne Sachen. Oh, wirklich großartig. Der Flog hatte ja auch mal ein, zwei Sachen mal da geschrieben unter ein Video. Das war auch, das war auch zu schön. Eine Riesenliste an Sachen mit extrem lustig. Ach, schön. Also trockener bis nicht witziger Witz ist ja das was für dich, ne? Ja, ja. Die flachen Witze, ne? Deswegen verstehen wir uns ja auch beide so gut. Wieso? Mach doch keine flachen Witze. Hintergrund, ja. Was lässt du dich hier ab? Mann. Schön hier, das Bier schön verstreichen lassen. Ja, genau. Noch mal ein paar Casings hier. Ein paar AK Casings. Ein ausglaub von hier. Ich hab dir da mal ne Krankenschwester hingelegt. Wie viel her? Das Looten spart mir auch. Oh, alles Blödsinn. Ja, ich glaube, du hast auch für nischt mehr Zeit, ne? Nee, ich brauche jetzt das Endposer-Magazin für dich, damit du dir endlich deine Bullets herstellen kannst. Ja, das wäre auch, ja. Oh, ah, One-Shot, ne? One-Shot. Was brauchte ich jetzt nochmal für die Sniper? Ich hab schon wieder Felsen. Was ist ein Schwein? Sniper, Sniper, Stock. Genau, Sniper Stock. Ja. Stock. Stock. Ja, dann müssten wir ja fast, naja, gut, wir können ins Dings-Nomarien, in die verbrannte oder in die zerstörte Stadt, aber im Endeffekt möchte ich sagen, da ist da kein Schatgun-Store mehr, oder? Ja, wie viele hatten wir jetzt? Drei oder vier? Vier. Da müssen doch mehr sein, oder nicht? Meinst du? Sind da mehr? Frage? Weiß ich nicht. An die Abonnenten? Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Das sind nicht, äh, sozusagen random. Hm. Ihr seid vor Ort. Kannst nicht mehr hören. Random? Random. Sollten wir überlegen, ob wir nächstes Mal in Nevisgain anfangen. Nevisgain? Oder? Nee. Warum dit? Keine Ahnung. Schon lange nicht mehr Nevisgain gesehen. Ihr sehn. Die Karte jetzt mittlerweile eigentlich größer ist? Wiss das ja nicht. Ich glaube, also spielt das überhaupt noch irgendjemand? Ja, mit Sicherheit. Kannst ja so nicht, kannst ja so nicht lassen hier. So random. Die ganze Geschichte so random. Oh, ich muss mich, ich muss mich am Finger, am, am, ah, ich muss mich jucken. Ah, 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 ah. Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Ah, am Arm. Er kratzt sich nicht an der Nase, Freund. Ne, am Arm? Ist klar. Ja, genau. Ja, genau. Ja, so ist das. Ja. Okay. Lass mich raten. No Scope. Ne. Scoped auf dem Liegenden. Also ziemlich low. Oh. Du musst doch üben. Du musst wieder üben hier mit dem Feilenbogen. Schon mal besser. Aber wie das mit allem so ist. Wie das mit allem so ist. Wir sind da, Ströp. Das ist doch super. Schröp. Haben wir doch gleich. Schröp. 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 Na warte, nur jetzt entspannt. Hubertus Schröber. Hubertus Schröber? Bin, äh, bin... Jack Elizabeth Fleischermann. Ne, jetzt... Schwierig. Ach, ich fand den schön. Ja, ja. Der ist schon witzig gewesen. Ne, der war wirklich witzig. Bin hier schon wieder half increased. Ist ja geil. Noch was essen zwischendurch? Und wo stehst du gerade? Rein von der... Äh, wo stehe ich? Äh, 159. Oh, was ist denn hier los? Ich bin bei 200. Ach, so ein Teufel. 200. Ist das schön. Ist das schon mal 200 gehabt? Nein, noch nicht. Gibt es ja überhaupt Leute? Naja, bestimmt gibt es Leute, ja. Ja, natürlich, klar. Die sitzen aber auch die ganze Zeit hier. Deine Abonnepunkten sind doch nur Profis. Ja, das stimmt. Das sind wirklich alles Profis. Ja, siehst du? Da fängt er gleich das Husten an. Wer lügt, hustet. Ne, anders. Wer hustet, lügt. Guck mal lieber in den Müll. Guck mal lieber in den Müll. Dieser MT-Torso hat hier gerade Munition ohne Ende. Ach, Quatsch. Und meine Wellness ist gerade wieder um 1 increase. Ich bin aber immer noch bei 200. Ja, das ist doch vielleicht. Maximum. Ja, ich glaube schon. Dann kannst du mir ab sofort, bin ich die wichtigste Person, bekomme all dein Essen. Sollte Theorie. Und du bist entbehrlich und darfst auch mal sterben. Hallo? Wie war's denn? Sagt die Person, die mich schon einmal niedergestreckt hat und einmal fast. Und einmal fast. Wann? Ach so, ja. Gut. Das war übrigens hier in der Nähe, falls du dich erinnern kannst. Ja, ja, das war genau hier, ja. Du standst hier oben irgendwo und ich stand unten. Das war das fast, genau. Ja, ist ja gut jetzt. Das war ja B, das hier. Irgendwo dahinten. Das war ja direkt vor den Läden. Ich muss jetzt mal ganz kurz nochmal was essen. Jo, da sieht das Kornbrot reinstecken. Nom, 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 nom. Ich habe jetzt schon wieder drei Bücher gefunden. Äh, ich nur eins. Gib mir den Keng. So. 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 Ich leckte es aber gerade wieder ein bisschen. Aha. Der stirbt hier gerade mit Verzögerung. Uhu. Na, warte denn. Wo ist denn? Hä? Warte denn? Schweinchen. Ach, nischt. Schweinchen. Mein Ding. Hast du ein Schwein gefunden? Oh Gott. Was ist denn? Hier ist auch ein Kadaver. Es müssen hier Menschen sein. Na. Wirbst du endlich mal? Okay, ich bin da. Du verbranntes Opfer. Na, du. So heißt es, übersetzt. Ach so, Burn Victim, ja. Okay. Burn Victim ist verbranntes Opfer. Das habe ich mir nicht ausgedacht hier von wegen. Hier. Du, ne? So etwas sage ich nicht. Schröber. Schröbchen. Alte Hütte. Wie sind wir jetzt hier rin gekommen in den Laden? Ach so. Stehe hier ein Goodfrains. Oh. Ich habe Goodfrains vor der Tür. So. Hallo. Ach, die Zombies, die doofen hier. Können wir mal rin gucken hier? Sag mal, ob ich hier. Wie heißt es gerade spielen wir eigentlich? Äh. Keine Ahnung. Nightrawler. Nee, wie heißt es? Keine Ahnung. Also nicht, nicht, nicht mega hoch oder so. Ich glaube, das normale. Ah, okay. Weil, also, was hier so jetzt an Zombies umherläuft, ist schon relativ viel. Na, wieso? Wir haben Zombies born of high, ne? Also. Ja, ja, ja. Aber jetzt überlegt mal, die sind jetzt auch noch irgendwie stärker. Wir halten noch mehr aus. Dann macht das ja nochmal mehr Spaß. So, du suchst schon die Bücher, ne? Ja. Elnes, du kriegst schon wieder um... Äh, guck. Äh, Inforcer-Buch, das hat ja so ein... Das ist so gelblich. Nein, das hat so ein Bild da drauf, ne? Mhm. Ich müsste nach, nach, ne, nach Taktik vorgehen. Fangen wir hinten an. Wird das hier schon alle empty gemacht? Ich bin jetzt in dem anderen Buchladen drin. Ja, ja. Empty, 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 Empty. Empty, Empty, Empty. Keine Lust, die ganzen Dinge hier leer zu machen. Also, wenn wir das jetzt nicht finden, ich meine, bis zur Alpha 11 haben wir noch zwischen einer und vier Wochen. Ja, ja. Der macht jetzt hier nicht alle leer. Wack jetzt hier nicht, sagt er. Wack jetzt hier nicht. Nee, ist klar. Vorspiel hier ohne Ende, aber das bringt uns ja nun wirklich nicht weiter. In der Statistik. Nee, scheiße, Mann. Aber dass wir das übersehen haben, kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Ja, okay, bei mir kann ich das schon mir mal vorstellen, sag ich jetzt mal. Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, dass ich das mal übersehen habe oder so, weil ich einfach dachte, das reicht schon oder so. Ist jetzt nicht wichtig. Du wirst aber ja, dass das anders aussieht als die normalen Bücher. Das hat halt so ein Bild auf der Kamera. Ich weiß ja, du meinst. Ich habe das auch gerade genau vor Augen, deswegen. Loot fast, mein Junge. Loot fast. Hier ist nochmal untouched. Nope, that's, äh, nicht it. So mal. What I gesucht have? Ja. English for Dummies. What I gesucht have? What I gesucht have? Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Jetzt sind wir mal hier. Was machen wir jetzt hier? Ja, wir könnten Bücher verbrennen. Geil. Ein guter Alter. Nein. Ein guter Alter wolltest du? Freund. Freundchen. Tja, keine Ahnung, ey. Ach Mann, das ist doch blöd hier. Das ist doch wirklich. Ob du das nur in den Airdrops findest oder in irgendwelchen Tresoren? Die Büros hast du auch leer gemacht? Büros. Welche Büros? In den Teilen waren doch auch immer Büros drin. Achso, ja. Tja. Vielleicht ist er ins im Biercooler drin. Oder im Kühlschrank. Nee? Meinen Sie nicht? Ich bin jetzt nochmal in dem verbrannten Haus. Nee, ich denke nicht, Freund. Aber, ey. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich fand das eigentlich eine sehr coole Idee. Hm? Okay. Weiß nicht, der Rest ist alles noch empty hier. Der Death Save ist ja wenigstens mal leer machen können hier. Der hätte wirklich im Bett. Alter Experte. Hat er so viel zu tun, mit Zombies abzuwehren? Mhm. Und Blödsinn zu quatschen. Mist. Also das Ding hier ist leer, das bringt uns überhaupt nichts. Haben wir einen Born Nobel in einer großen Stadt gehabt? Als wenn ich mich daran noch eher erinnern kann, bestimmt. Tja. What nun? Was tun, Sprach Zeus? Ich würde sagen, wir werfen einfach mal Richtung Westen, glaube ich, ist das? Ja. Und probieren so wieder nach Hause zu finden über Biome, die wir noch nicht kennen. Ja, gute Idee. Künstlich die Karte erweitern. Na denn los. Na denn mal los. Vielleicht finden wir ja hier nochmal, aber weißt du, wie die Chance groß ist, in diesen Lockern nochmal ein Enforcer Buch zu finden. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und habe ich jetzt einen Forgebook dabei. Und Glas. Und Nägel. Scrap Lead. Hast du wieder ausgelassen, ne? Hast du wieder richtig richtig richtig. Hast du wieder den guten Schritt einstecken. Kollege Schröbchen. Mann, 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 Mann. Muss mich doch sehr wundern. Muss mich sehr wundern. Also das war ja hier mal richtig für den Eimer. Mhm. Das war, ja. Ne? Könnt ihr übrigens auch gleich unter die Folge schreiben. Richtig für den Eimer. Richtig, genau. Das könnte, ja, das ist gut. Loot, Loot, Tour, Loot, Tour für den Eimer oder einfach nur? Oder Forn-Arsch kannst du auch schreiben. Mit vier. Ne, das. Also 4N-Arsch. Ne? Da bist du jetzt wieder nicht dabei, oder was? Wie du möchtest. Ja, aber Hasenkügel. Das hast du gesagt. War? Mhm, das kam von dir. Das Quatsch. Natürlich. Das möchte ich mir verbieten, dass du dir sowas behauptest. Hallo? Das hast du mir vor der Aufnahme, selbstverständlich. Hasenkügel würde niemals über meine Lippen kommen. Apropos Hasenkügel, ich hab einen Hasen getötet. Super. Bist ein Killer. Ich will hier no-scopen. Ich will no-scopen. Aber das will nicht. Pass auf, das wird irgendwann olympisch, du hast das erfunden und hast vergessen, dafür noch einen Patent anzunehmen. Ja. No-scope mit einer Schrotplinte. Dann werde ich zum olympischen Komitee schreiben und sagen, hey, ist aber nicht fair. Ich hab ne Idee. I carry something that smells funny. Kiss me where it smells funny. Wer war das? Was denn? Was denn? Wen hat gerade, wen hat gerade gesungen? Achso. Willst du nicht, wa? Nee, wirst du nicht. Kiss me where it smells funny. Die Blattung, gang. Oh, was hat dir der Läufe gesagt? Echt jetzt? Ja, ja, stimmt. Hm, kik mal. Oh, bleib sitzen. Hase, bleib sitzen. Alles gut. Ich bin der Hasenjäger. Du bist der Hasenkeller. Ih, Hasenkeller. Da müsste ich jetzt etwas länger zu ausholen. Zu der Geschichte. Musst du nicht. Nee, lass ich auch. Behaltet einfach für dich. Schwierig. Sorry. Nö. Kannst du nichts für. Für was denn? Na, dafür. Du weißt genau, was ich meine. Du weißt doch ganz genau, was ich meine. Du bist doch ein schlauer Junge. Weiß ich nicht. Denk doch einfach mal drüber nach. Wir sind am Ende des Biomes. Gib mir dein rotten Trash-Buch. Irgendwelche Erfolgsmeldungen von der Lootfront. Das Spiel Wasserhähne. Gleich drei. Cool. Ich hab jetzt eh ihn gefunden. Und ne Hirsch. Hätte ich jetzt gerade noch ein bisschen schon wieder. Immer weiter im Westen. Straße runter, sagst du. Die Häuser, hast du dir die noch mal ein bisschen angeguckt hier? Nö. Jetzt siehst du, jetzt gleich noch mal. Grab prison. Tja, alles. Lass uns hier durch. Lass mich mal ganz kurz hier mal ein bisschen was umwandeln. Nein. Bisschen was wegschmeißen. Cooking Pot. Braucht auch wieder kein Mensch. Okay. Ja. Einfach weiter laufen, ne? Ja, der Straße folgen, hätte ich jetzt gesagt, ja. Und vielleicht stoßen wir ja nochmal auf ein glückliches Heus oder ein unglückliches. Mhm, mhm. Mhm, ja, ja. Wo ist die Straße? Mhm, mhm. Rechts, rechts von dir. Ah, okay. Oh, was ist denn das da? Weiß nicht. Achso, der. Baut sich nur so langsam auf. Das ist ne schöne Klippe. Hm, zick. Also, Klippchen. Ein Klippchen? Gugeln, das ist eck, hab's ja gesehen. Ach, ich bin doch eine Spürnase hier oben. What, what? Du bist. Ja, cool. Echt gut. Echt gut, Mario. Ich weiß. Echt gut. Gamm's richtig drauf. Ich bin so weit von vorbereitet auf die Alpha 11. Wer ist er? Kompel? What war dat? Erste Satz in Alpha 11. Oh, da gibt's so viele schöne Sachen. Also, ich wüsste ja nicht. Ach, die Entscheidung wird uns echt schwer fallen. Ich fand die Geschichte mit dem Team-Speak immer gut. Mhm, das stimmt, ja. Entschuldigung, hat noch etwas länger gedauert. Nicht mehr, Alter. Alter. Untenrum. Zwischendurch. Und da stand er nicht. Nee, das stimmt. Der teigt mir jetzt selber mit. Künstlerische Freiheit, ja? Mhm. Mhm. Ist klar. Ich steig hier übrigens ungemein. Ich bin jetzt schon bei 162. Oh, Fitness. Läuft. Super. Gleich noch einen Tee trinken. Gleich noch einen Tee trinken. Das ist mein Pfeil gewesen. Nee, meiner. Meiner ging knapp drüber. Tick doch. Nein, ich möchte, äh, die Zeitlupe. Replay in Zeitlupe. Oder ist was? Da vorne ist was? Watt denn, 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 ne Scheune. Scheune. Aber wo ne Scheune ist? Da ist auch noch was. Ja. Ein Tool-Shop oder was? Ich kann es nicht lesen. Kann es auch nicht lesen. Mist. Hopp. Hä? Ein Pillen-Shop? Ja! Ein Pillen-Shop! Geil! Oh. Zombie-Spawn-Instant-Vorderhaus-Shop. Ja, stimmt. Oh. Direkt neben mir wieder zurück. Bevor sie mich holen. Oh, da neben mir schossen. Das war jetzt blöd. Ah! Du machst doch ja keinen Lärm, ne? Ich will halt nur wissen, wie die... Ding läuft, ja. Wie die Ding läuft. Und rockt, oder? Ja, ist geil. Ist wie ne Schrot, nur direkt den Bauch. Ist wie ne Schrot, nur... Na, er macht halt... Ja, nur... Ja, genau. Ich mach... Nimm aber die Schrot weg. Angst hab. Sorry. Da kannst du dich schön alleine drum kümmern. Ich helfe dir nicht noch mal. Sterbe ich wieder aus Versehen. Lady! Die Zombies. Hier ist ein bisschen Schrott drin. Den sollten wir nicht vergessen. Schrott? Na, in dem... Im Pillen-Shop sind, äh... Pillen-Ladies. Oh, Mann. Aber denn jetzt? Oh, Mann. Okay, ist schwierig. Ich werd verhauen. Mario! Ach, jetzt brauchst du Hilfe? Nein. Links, rechts. Hm, ah, jetzt brauchst du auch meine Hilfe. Nein, doch nicht. Was ist denn jetzt hier los? Hallo, Ladies! Gleich haben wir erst zurück. Oh, nee, der ist zu schwierig. Wir lassen mal. Soll ich denn da hochkommen? Gar nicht. Jute Idee. Ah, jo. Das sind... Simple Bandagen. Ein Splint. Ach, jetzt knurr doch hier nicht so rum, du kleiner Griecher. Ist ja furchtbar mit dir. Nein, die Olle macht doch schon wieder alles kaputt hier. Gleich... ... bevor sie es kaputt macht. Da ist wieder so ein Zombie unten im Haus gespawnt, irgendwie, unter dem Haus. Mhm. Machen kaputt. Oh, hier ist... Hier ist eine ordentliche Pillenwand. Was ist denn mit BTM? BTM? Wo ist denn der BTM-Schrank? Äh, Betäubungsmittel. Ah. Komisch, dass du diese Abkürzung fennst. Ähm, 44er Magnum Bullets. Hast du? Mhm. Reloading Weekly. Ja, ist genau so. Dönsinnig hier. Mann. Erstmal aus dem Höhlen. Du bist jetzt im Pillen-Shop dran? Jo, Mann. Du gehst hier auch nicht. Äh, he, 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 he. Ich bleib hier auch ein bisschen, äh, ist nicht schlimm, war. Ich geh hier kurz auf den Schrottplatz. Bisschen, Noah. Bisschen bleiben. Im Pillen-Shop. Fleischi bleibt im Pillen-Shop. Du weißt doch, Mikasa geht high. Mikasa geht high. Mikasa ist zu Hause. Entschuldigung. Klar, Mann. Mikasa ist zu Hause. Ja, Mouchas grapia. Mouchas grapia. Vincent Vega. Ja, Entschuldigung. Bin halt im Pillen-Shop. Ist halt nicht so leicht, zeig jetzt mal, da eine bestimmte Linie zu halten. Die kommt in uns. Ach, die Vitamine bräuchten wir überhaupt nicht reinpfeifen. Du weißt ja auch auf. Hast ja recht. Zwischendurch nochmal in den Schrottet. So, also Vitamine gibt's hier tatsächlich, äh, sehr gut. Hört doch mal auf hier rauf zu, das ist doch nicht nett. Muss nicht sein. Ja? Muss echt nicht sein. Entschuldigung, du musst dir mal kurz einen Schluck trinken. Ja, das hat jeder gehört. Wahrscheinlich auch deine Nachbarn. I'm in the baby room. Ain't gonna think of that. Gibt's da noch Verlieder, Mario? Kennst du dich da doch sonst aus? Äh. Nee. Nee? Nee. Okay. So, jetzt gehen wir erstmal in die Aserbaten. Komm, ey. Ach nee, wir sind ja nicht im Polizeirevier. Hä? Nee, Kiffin. Stimmt. Äh, der Karl, der Karl, der Moik, 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 der, das schaffst du. Zeig, 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 zeig. Wird er richtig Gas, Gas, Gas? Bitte nicht verzagen, ist nur Spaß, Spaß, Spaß. Bitte nicht verklagen, ist nur Spaß. Nicht verklagen? Ja. Äh, später denn vielleicht verklagen. Nee, 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 nee. Gut. Es zieht die Regel Nummer eins, Fleischkammer hat immer recht. Danke. Ja, aber. Gut. Hallo? Die waren wohl länger auf Klo. Hast du es jetzt? Oder? Hab'n Lea den Lahn, ja. Oder wat meinste? Oder wie hier? Das mein ich, ja. Diese Geräusche, scheiß Zombie. gerade den sprengen in der luft das kabinett hast du ja schön alt hier okay du hast Glück Tommy was war das? Tommy muss sterben oh Mist womit schießt du denn? mit den Pipe-Pops? ich hier schießt doch nicht ja mit den Pipe-Pops genau warst du gerade auf mich? nein so okay weiter in Richtung Westen oder was? ja jetzt muss ich erstmal kurz muss ich mal loswerden ich hab drei Splinter die braucht nicht einen Woodframe bräuchten nicht Bandagen simplerweise brauchen wir nicht ne? sinnfrei sinnfrei nehme ich mit was ich da 17 Blut super 14 Grain-Alkohol 10 Heilbandagen und 10 Vitamine nicht schlecht das war jetzt die Ausbeute aus einem Pillen-Shop das kann sich doch quasi schon wieder fast sehen lassen hast du hier drüben bist du drin gewesen ne? ja überall überall war er drin Schröber lalala Herr Schröber wir sind übrigens am Ende einer sogenannten Folge Aufnahme-Folge Aufnahme-Folge folgende Aufnahme ist passiert ähm darf ich diesmal vielleicht mich verbrechen? aber natürlich ist nett ähm meine Damen und Herren ich hoffe es hat Ihnen gefallen und wenn es das hat dann lasst uns doch bitte einen Daumen hoch da das macht man unten rechts unter diesem Video ähm Daumen hoch heißt gut Daumen runter ist schlecht ähm wenn man was dazu zu sagen hat bitte schreibt es unter die Kommentare das ist ein wenig weiter unten auf dieser Seite ich freue mich Sie bald wieder begrüßen zu dürfen und sage hiermit zurück ins Studio Tschüss Herr Schröber Tschüss Herr Fleischhommer ähm was ich